hallo hier ist ja bescheiden aus karte mich dann wäre gut zu erfahren ja das untersuchungsraum labor das ist dann empfangs raum hier schönes nix kann man da nicht aus dem fenster kann man nicht gucken gott ist verschlossen ja ich hab doch schlüssel ist verschlossen sind dafür nicht gedacht und hier okay jetzt kann ich mich mal umziehen mit drei schlüsseln vielleicht unten hat man wenn ich dort ach das ist der gang hier daraus der führt dorthin aber das sollte ich nicht aufmachen ich sagte das ich habe keinen grund dorthin zu gehen sage ich doch okay die tue das ist mal zu gucken wo ich hier unten dann kommt da vielleicht hallo hallo oh karte ähm was gerda wer ist der gerda dir hallo oh entschuldigen sie vorlein geh weg du schwein verschwinde oder du wirst bluten ok hm kurz gespräch fest verschlossen jetzt könnte ich wieder ein löffel benutzen theoretisch oder fest verschlossen ne gott gucken ob ich das ohne schlüssel schaffe hier durchzukommen ja gut ist einmal auf perfekt hm 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 was gehe ich doch mal hier rum äh ja moment so c.berto hallo ich muss vorsichtig sein um keine aufmerksamkeit zu erregen hä hä ok ich muss mich verstecken um dem hä warte mal laden das hier oder was ich hab da abgespeichert oder nicht ok 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 schlüssel hab ich noch nicht das zeug hab ich schon hab alles ne joa gut ich guck mal mal hier verrückt verrückt und so genäht mhm da fest verschlossen fest verschlossen und warum hab ich das mit dem Löffel aufgekriegt ist das ein Bug oder so ha dann sehe ich jetzt aus wie ein Flieger ja ja das haben wir schon mitgekriegt so schlüssel spreche ich nochmal mit der Dame hier fest verschlossen äh vielleicht mit dem Löffel vielleicht so fest verschlossen halt nicht hallo entschuldigen Sie Fräulein geh weg du Schwein verschwinde oder du wirst bluten genau hm 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 ok die Laufwege sind schon beachtlich so ich speichere es jetzt nochmal am besten hier und das ist nämlich dieses Bild ok stimmt hier da war dieser Cberto oder Frau G ach das ist ein G gut hallo ich muss vorsichtig sein um keine ja vorsichtig ich weiß ja eigentlich wohin läuft das Problem ich muss irgendwie die Pfleger loswerden damit ich mich in Ruhe auf dieser Etage bewegen und mit dem Patienten sprechen kann loswerden vielleicht wieder mit so ein Pfeil warte mal ich geh mal ja so gucken wir doch mal ich hab auch keine Spritzen mehr in der Hand hm popa was soll ich mit der machen jetzt hab ich kein Betäubungsmittel mehr das ist alles alle ok schaufel soll ich denn die loswerden das ist die krasse Frage Puppe hier so aus Puppe oder soll ich der hier der einen auf der einen Seite die Puppe geben oder so ähm als Abdenkung das kann ich nicht ja tropä tropä chlor ähm fest verschlossen warum komm ich denn nicht durch fest verschlossen ich hab hier den waschküche ah ist der verzwickt wie soll ich da vorbeikommen ich kann sich nicht kann schließlich nicht den behälter nehmen da hinten oder kann ich den jetzt irgendwie verbinden die Kisten und äh ja das Geräusch war nämlich vor uns mit diesem Ofen da dachte man so ein Gefahrengeräusch aber nee ist nicht so hm oder vielleicht kann ich jetzt das das Dinger benutzen das Zeug wenn es sein muss kann ich ihre Geräte benutzen wenn es sein muss ich es muss sein ihr Labor scheint voll ausgerüstet zu sein ja mein Gott Schlüssel vielleicht diese rosa Kristall mein Mann wieder was hat das eigentlich mit dieser komischen Waage zu tun oder soll ich da die Schlüssel drauf stellen ne gold also kann ich bis jetzt nichts tun hier drin hm hm ja ja Da ist trotz lang gelaufen, ne? Ja aber, Ambus, ich weiß doch nicht was, Löffel, kann ja, Becker, hallo. Rosa, Kristall, bitte, im Labor. Okay, wenn er dich haben will, wenn er so nett darum bittet, da. Hier ist Ihre Medizin. Wenn ich Ihnen jetzt bitte ein paar Fragen stellen dürfte. Sie müssen in Wasser aufgelöst werden. Wasser? Ja, es ist welches im Garten. Okay, jetzt weiß ich warum wir im Garten da rein müssen. Sagen wir mal. Ich könnte natürlich auch mal Abkürzungen nehmen, aber ich glaube, da haben wir mal so lange Ladezeiten. Ob sich das rechtfertigt. Oh, guck. Im Wasser aufgelöst werden. Ich denke mal, da muss ich die Schlüssel nehmen. Und Und Okay Pfleger, er soll aufhören. Er muss damit aufhören. Was haben Sie für ein Problem, meine Dame? Bauer, er muss sofort aufhören. Die Vögel sind seit zwei Tagen nicht gefüttert worden. Bauer muss die Körner gestohlen haben. Ja, bitte. Vielen Dank.